Berichte über Einigung, Böde-Transfer zum FC Bayern unmittelbar vor Abschluss Die FC Bayern hat auf sie Personalnot in der Abwehr reagiert und in Sacha Böde im äußeren Anschein nach zu urteilen sie erhoffte Verschlimmerung für sie rechte Abwehrseite gefunden. Der 23-Jährige kommt über einstimmenden Medienberichten von Galatasaray Istanbul an Sisa. Auf der Zielgeraden des Winter-Transfer-Finsters ist der FC Bayern dem äußeren Anschein nach zu urteilen zum wiederholten Mal agierend geworden. Wie der TV-MITSK an dem Freitagnachmittag berichtet, sind sie Münchner sich mit Galatasaray Istanbul extra einen Austausch von Rechtsverteidiger Sacha Bö handelseinig geworden. Der 23 Jahre alte Franzose solle im Weiteren einen Abkommen so lange bis 2029 unterschreiben und an dem Samstag in München seinen Medizin-Check absolvieren. Es deckt sich mit Informationen des Sportbazer, des Sportportals des Redaktionsnetzwerk Deutschland, R&D. Die Ablösesumme beläuft sich also inklusive Boni auf so weit wie 30 Millionen Euro. Ein neuer Durchlauf von Verhandlungen soll an dem Freitag den Ausschlag dort haben, dementsprechend es vorher zu Verzögerungen gekommen war. Die Position des Spielers dürfte Dieter einen entscheidenden Proportionen gehabt haben, Bö wollte unbedingt hinter München wechseln. Sein erstes Hazardspiel für sie Bayern könnte der Franzose an dem nächsten Samstag gegen Borussia Mönchengladbach absolvieren. Bö soll zwischen den Bayern sie Personalnot auf den defensiven Außenpositionen verringern. Der etatmäßige Rechtsverteidiger Nussel Masau weilt derzeit mit Marokko bei dem Afrika Cup. Konrad Leimer, der Masau zum Schluss verkörpern hatte, ist praktisch für dasjenige Mittelfeld geplant und fällt dazu ohnehin verletzungsbedingt wochenlang aus. Neben Bö hatten sich sie FCB-Verantwortlichen wenn schon aufgrund dessen Kieran Trippier von Newcastle United und Nordimo Kieler von Paris Saint-Germain bemüht. Die beiden Deals scheiterten ebenso als eine Wiedergeburt von Josip Stanisic, den man vor der Saison anführender Bayer Leverkusen verliehen hatte. Bö begann sein Profikarriere zwischen Stade Rennes. 2021 wechselte er eine 1,15 Millionen Euro Ablöse zu Galatasaray in die türkische Süperleague. Beim türkischen Polier kommt er in dieser Spielzeit bisher auf 19 Liga-Einsätze. Zudem lief Bö halbes Dutzend Fleck in der Champions League Vermögen und halbes Dutzend Fleck in der Gruppenphase auf, am Boden wenn schon zwei Fleck gegen seinen voraussichtlichen neuen Arbeitgeber aus München.